o im in man macht was nach ob sie auch ein briefkasten haben da bin ich gerade reingelaufen die haben sie nicht gecheckt ich habe sie dann beide entsturmt Ich bin vor dem rumgesprungen, erst dann haben die gecheckt, dass ich in ihrem Dorf war. Du kannst nur so leicht in die Durchsicht werden. Alter, Halleluja, Junge. Das ist einfach kein Geheimagent. Ja, stimmt. Ja. Ich habe zu dir einen Stimmbissen angerufen müssen. Geheimagent. Also wie viele Viecher schon wieder hier sind. Aber es ist nice, die haben uns Reetop was Gutes getan, ne? Ja, Knochen habe ich auch gedacht, Knochen mehr. Ich habe auch zu tun, was ich keine Arme getötet bin. Wenn ich nicht in die Brüder benutze, würde ich nicht heruto. Ich habe die Brüder benutzt. Ich habeupunke diese Brüder nicht an mir. Da habe ich das Bündchen gemacht. Ich habe das Bibergasse. Ich habe die Brüder nicht anbrach. Ich habe die Brüder nicht gewonnen. uch. sie haben schon wieder in Polen gespielt hier Scheiße hier liegt doch okay der Interfermer dann sind wir mit meinem Schrecklau kaputt so langs ist es durch der Pöplung ist es ist ja noch schlimmer als Endgefühl hier oh mein Gott, Noah, die am Freifeld wieder Alter ich hab nur noch vier Dinger hier liegen noch keine Dings Jungs, drop mal mehr bitte ich hab auch schon mal eine Blöcke zu klauen hier ich hab schon mal eine Blöcke hier ich hab So... nun mag ich habe hier unten den Gang gefunden der ist nicht von mir mehr unten ich bin einfach heute von Zandor nein ich habe mich in der Richtung ich glaube ich habe Eingang von denen gefunden ja dann lauf dir mal hinterher weil dann kannst du nein nein das wäre zu cool das wäre krass gewesen ohja 6 Enderpaar wie viele Enderpaaren soll ich denn eigentlich holen ich weiß nicht wie viel du brauchst von Anfang können dann eh noch mal fahren gehen ich habe jetzt 6 und 2 3 wird ich verballern müssen sagen wir mal 4 dann könnt ihr hab ich noch dann hab ich noch den da haben wir noch 2 für äh sag schon die 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 ich Ich habe aber tatsächlich keinen, so wie erhofft. Keine Ahnung, haben wir den Körbis? Vorne gefunden. Nee, aber ich habe Körbiskerne oben mit Ruhe. Könntest du den Körbis anslanzen? Nee, ich bin gerade... Wollen wir den Pumpkin-Dings geben? Ich glaube, ich komme hier nicht raus. Dann sterb. Das sind aber die Dings. Was für Dings? Die ganzen Enterprise sind dann furcht. Wie viel hast du denn? Siegen. Siegen ist gar nichts, das können wir auch schnell fahren. Vor allem wenn wir Plünderungen haben. Deswegen kümmere ich mich hier gerade um einen Enchantment-Helfe. Und gleich um die Villager. Weil erst mache ich den Villager gut, und danach... Was brauchen wir? Reparatur auf jeden Fall. Und dann... Und dann... Winderung, Scherzer... Ja, das würde ich erst mal mit dem Schandment machen. Dann würde ich gucken, was wir da bekommen, und dann... Das ist so wie mein Plan gewesen. Der Villager ist schlimmer als im End. ich renne mal schnell raus aber ich bin gleich entdeckt ich bin sofort entdeckt worden ich sporte mich weg es ist so nervig ich hasse es es ist wirklich gerade hart nervig in der mine ich mache gerade beide was nerviges jetzt kommen die wieder zu uns sollen die jetzt warte ich bin stumm die die übten gerettet digger und er merkt es nicht mehr wachs ich hab was für euren griff wir sind für ein café grenzchen gekommen ja abends ja zu nicht abends warte fragt wenn wir euch ausprobieren wollen das buch was ich in der hand habe ich gerade geschrieben innerhalb der letzten beiden folgen außerdem kommt ihr auch immer zu uns rein ich würde auch mal gucken wie euer dorf aussieht das stimmt deswegen möchte ich fragen wir möchten mit guten absichten reinkommen wir wollten mit guten absichten reinkommen noaa dürfen die in unserem dorf rein wenn er jetzt nein sagt digger rast dich aus ihr wart so oft in unserem dorf ja lass kommen max schnell äh ja wir treffen uns in der stadt mit die noah ist zeigt uns einfach das dorf da müsst ihr uns nicht öfters was zu zeigen hier aua ich werd hier angegriffen die sie am besten angreifen die strategie ja wie gesagt die haben wir hoherzumelzombies auf jeden fall sag mal sie haben hier nichts gemacht eigentlich gefühlt wir haben hier hinten unser Bild wir haben unsere mauer gezogen Noah ja ich will ja nicht alleine sein ich hatte von der sag ich ja bitte nicht als wir da zu fahren wie hört das so aus eigentlich dein hier ach da oben alter ihr habt mehr mobs als wir ja kannst du es mal lassen du dummes missvie was ist hinter dir es ist mir doch egal ok gut ähm der grund warum ich eigentlich mit john hierher bin damit john mich beschützen kann vor mobs und da ist es dass man wohl im briefkasten versen kann ok ähm danke für die führung durch das dorf ja es ist echt hässlich ach so ich mag ich geb dir jetzt mein Buch ach als moll ich töte ihm gleich dann hätten wir den krieg schon angefangen und dann bin ich weg so ja ähm ich stumm dich jetzt ja ich stumm dich auch wieder ja und du musst das Buch noch aufnehmen ich hab's schon von unserer Nation ok bis dann wir haben ich hab das ach so äh bevor es geht ich bin jetzt halt auch nicht mehr so nett ne sag ich dir ganz ehrlich weil das ist was ich hab jetzt ein Buch von dem bekommen unserer Nation ähm Nation des eisernen Blutes in jede Richtung 50 Blöcke von der Mauer entfernt gehört dieses Land der Nation des eisernen Blutes wird in diesem Bereich ein böswilliger Hintergrund einer anderen Nation ausgeführt so erwidert die Nation des eisernen Blutes mit Gewalt das Amt des Staatsoberhauptes wird von John und Benjamin zur gleichen Zeit ausgeführt die Nation des eisernen Blutes ist jeder Nation in Friedenszustand gutwillig äh eingestellt das heißt von 50 Blöckern dürfen wir uns nicht nähern sonst kommt Krieg ach ich näher mich trotzdem ich auch aber ich will nicht rein sneaken oder so ich lauf da einfach rein ich scheiß jetzt auf die Niedersache ey die fack mich nur ab ja dann scheiß halt drauf was ich eigentlich machen will ich weiß eigentlich ich könnte mal das Dorf weitermachen was könntest du? das Dorf weitermachen ach echt du könntest was fürs Dorf das Dorf das wird selber auf diese Idee kommen ja halleluja du machst ja nichts ja ich mache gar nichts ich habe es nie da da bin ich lange noch sieben Minuten oh mein Gott ich bin fast runter gefallen ich hasse den Controller Junge 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 oh Junge okay die Sonne geht auf ich mache mal ins Dorf ein bisschen schick mach das ich habe es Nein, ich habe selber eins. Ich habe uns beide das gemacht. Okay. Hast du dein Eisenschwert verloren? Nee, ich habe ja noch eins, aber ich hätte eigentlich noch eins. Egal. Die haben es geklaut. Nee, denke ich nicht. Was soll denn die Mauer eigentlich am Ende werden? Weiß ich nicht. Ja, weil wir nur das, was wir hatten genommen. Das war's. 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 Das war's für heute. Was ist das? Das war's für heute. 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 So, ich bin stummig klein. So, hallo? Hi. Wo ist Noah? Äh, Noah, wo bist du? Ja, ich weiß, wo ich bin. Ach, Noah ist noch... Warum sagst du nicht, ich bin Farm, Digga? Ich bin tatsächlich echt gespannt, wie du darauf reagierst. Äh, auf was reagiere? Äh, auf die Erklärung der, äh, unserer Seite. Ja, warte mal, ich bin stumm auf John. So, jetzt, hallo? Alter, ich dachte grad mein Internet war weg. So, äh, ich hab das so natürlich durchgelesen. Und ich hab mir gedacht, okay. Natürlich hast du den nicht durchgelesen. Doch, da stand mit 50 Blöckern, sind's, äh, wenn wir 50 Blöckern näher an den Dingern kommen, dann hat, ähm, ja, bedeutet das quasi Krieg. Nein, das stimmt nicht, also das ist doch nicht richtig. Also, Digga, das hättest du Noah durchlesen lassen sollen, der hat wahrscheinlich... Nein, heils Maul, wir wissen doch was wir reingeschrieben haben. Ja. Max, ich habe... Max, pass auf, ich hab mein... Oh, ich erklär's ihm jetzt einfach ganz nett, Digga, damit's auch jeder Dumme versteht. Es heißt einfach nur, dass du gerne draufkommen kannst, Digga, aber sobald ihr irgendwie mit bösen Absichten kommt, das ist für uns ne Kriegserklärung. Das heißt, ihr klaut was und seid deswegen auf den Land. Hast du's jetzt verstanden? Ah, ja. Ja. Max, ich hab literally... Oh... Äh... Ich stumm dich jetzt. Ich stumm dich jetzt. Max, ich hab literally im letzten Absatz geschrieben, im Friedenszustand sind wir jeder Nation gutwillig eingestellt. Und aus dem Max hab ich geschrieben, dass 50 Blöcke in jede Richtung Norden, Osten, Süden, Westen von der Mauer weg, dass das unser Land ist, dass das zu unserem Land gehört. Ja. Digga, ich hatte auch richtig Paranoia, ne? Sag ich dir so, wie's ist. Warum? Na, ich dachte, jemand wär bei uns gewesen, aber ich hab mich anscheinend getäuscht, Benjamin muss irgendwas abgebaut haben. Ja. Das hat mich richtig erschrocken. Ah ja, ich kümmer aus. Ich war schon kurz davon. Das war ja nichts. Ja, das ist gut. Wir sind doch ja alles... Er hat mich auch die ganze Zeit angeschrien, Junge. Da ist nichts, und ich so, doch, und dann am Ende war halt wirklich nichts, Digga. Ja. Ja. Einfach nur was anderes. Noah kommt jetzt. Ja, ist okay. Hast du Noah das Buch schon gegeben? Hast du ihn mehr gelesen oder hast du ihn vorgegeben? Nein, ich hab's ihm vorgelesen. Dann fragen wir Noah, ob er's kapiert hat. Ich hoffe, damit ist du wenigstens ein Kompetenter hier versteht, Alter. Noah hat ja nichts. Da muss ich mein Handy laden. Ähm, ja, wie gesagt. Oh Gott. Ich hab wohl gesagt, das ist der Antwort. Das ist mir relativ. Digga, scheiße, Mann. Wo war noch mal der Ausweg? Wo war noch der Ausweg? Wo war noch der Ausweg? Ja, also zieht sich die Folge weg. Alles gut, was denn? Alles gut, was denn? Alles gut, was denn? Was? Was bist du denn, Digga? Was bist du denn, Digga? Ich hab's gefasst genauso oft wie gegen Yenna, Manns. Also ich weiß jetzt schon, wer mehr gestorben ist auf der Map. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja. Chill, chill. Sag, ich bin der Beste. Also du. Sag jetzt einfach mal. Nein, 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 nein. Sag einfach mal random. Ich bin der Beste. Sag mal zu random. Ich bin der Beste. Das heißt nicht deathmg, ne? Was ist denn das hier für T-Shirt? What the fuck? Oh, ne, meine Goldkrone. Meine Goldkrone. Meine Goldkrone kräften Zambi an. Und ich hab noch eine Goldkrone schlägt. Typisch. Digga, ich bin fast tot schon wieder. Wie oft stirbst du, Junge. Es ist quasi jetzt die Goldkrone und du stirbst noch mal. Digga, du kannst nicht mal level-farmen. Ne? Deine ganzen Levels sind dauerhaft weg. Sie ist mir aufgefallen. Max. Max, soll ich Lava nehmen? Ich hab Coprapped. Ich brenne die so ab. Also ich töte die so. Soll ich machen? Nein. Nein. Wo ist John jetzt? Da? Du? Hey, hallo? Hm? Du? 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 Ich dachte, er wäre hier. Na gut, ich kann ja jetzt auch in Sturmklasse spenden. Wir sind ja hier. Ja, hier in Sturmklasse auch schonmal. Da kommt er jetzt hier hoch. Deswegen... Naja. Scheiße, unsere Säule ist kaputt, Max. Ach Noah, du bist inkompetent. Unsere Goldkohlen sind weggeschwommen. Ich weiß. Dann nehme ich den hier in den Eingang. Ich muss noch reparieren. Alles mal. Wo stehen Sturm, die Babbeldicks? Ich hab die ganze Zeit schon gehabt. Ich wusste, ob du da bist oder nicht. Ich war nicht da. Das ist Metagaming. Hör auf rum zu heulen. Hör auf rum zu heulen. Die ganze Zeit entstummt er uns. Ja. Haltet jetzt alle eure Fressen. Noah, hat dir Max vorgelesen? Ne. Was ich euch geschickt habe. Nein, Adam nicht. Doch, hab ich gespaßt. Noah, ich frage dich jetzt nochmal. Hast du es verstanden? Erklär dich jetzt bitte nochmal wie Max. Ja, ich hab's verstanden. Dann eine Erklärung. Ihr wollt, ne? 50 Plöcke. Ne? Klar. In eurem Dorf sollen unberührt lassen. Die Rest können wir abbauen. Okay. Ich erkläre das jetzt einfach einmal. Ja. 50 Plöcke wollen wir abbauen. Wenn das ja entweder ist und wir sterben, ist es trotzdem eine Kriegserklärung. Das ist ja klar, ne? Nein, nein. Das wird schon. Fresser, fresser. Pass auf. Das wird schon. Und zwar 50 Blöcke in jede Richtung von der Mauer. Äh, das ist unser Land. Uh, der ist beinahe gestorben. Der ist gestorben. Oh. Das ist unser Land. Ähm, äh, was in der Mauer ist, ist natürlich auch unser Land. Des Weiteren, äh, was hab ich da überhaupt reingeschrieben? Mann, jetzt hast du das auch kaputt gemacht, Benjamin. Hättest du den Creeper einfach mal nicht explodieren lassen können? Ich beschreibe mir das dann alles. Ne. Also, ihr habt verstanden. Der ist nicht gestorben. Noah und er. Und zwar habe ich nirgendwo reingeschrieben, dass ich eine Krieg anfangen will. Nicht so wie Max das gesagt hat. Naja, doch ihr. Also, Max hat mir das so gesagt, ne? Ihr möchtet Krieg anfangen? Nein. Soweit wir uns 50 Blöcke nähern. Ja, das hat er uns auch gerade so erklärt, aber das steht da nicht so drin. Absolut falsch. Ja, wie gesagt. Wir dürfen uns 50 Blöcke aus eurem Dorf sein. Wir sind euch 50 gestellt, da steht das auch. Nein. Ja, ist mir das geil, dass mein ganzes Zeug hier überhaupt geil ist. Jaaa. Ihr dürft nur nicht mit bösen Absichten kommen, das ist einfach das Ding. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Halt's Maul jetzt. Könnt ihr jetzt die Aufnahmen beenden? Verpiss dich. Verpiss dich. Ja. So, das war's schon. Ja. Säge. Ja. Ja. Da war's schon!* Ja. Vielen Dank.